Der vertreten Treue erwecken für alle Sterbenden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieses Gebet soll und muss gebetet werden, dass ich sie retten kann. Heilands Worte. Gebet. Milliarden und Millionen Mal. Mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttrennen, dem himmlischen Vater auf, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und den unbefleckten Herzen, Mariens und mit ihren Bluttrennen. Dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Und ich kann sie retten, verkünde es, Heilands Worte. Ich brauche Söhne, Seelen, die dieses Gebet täglich, womöglich, mehrmals beten. Ich danke euch dafür, meine lieben Kinder. Gott segnet euch mit seiner göttlichen Kraft. Und auch ich segne euch, eure liebe Mutter. Amen. Heiliger Josef, Nervaer Jesu Christi. Und wache Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria. Bitte für uns und für die Sterbenden in dieser Nacht. Jesus, Maria und Josef, wir lieben euch. Seid uns barmherzig. Rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten. Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt, mit jedem Atemzug, mit jedem Pulsschlag, tausendmal wiederholen zu dürfen. Heiliger Josef, du hast im Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesschlamme in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Wird er täglich den Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria. Liebster Herr Jesus, Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wangemütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz, damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kannst. Liebster Herr Jesus Christus, von Nazareth, Sohn des lebendigen Gottes, Tausche bitte mein sündhaftes, wangemütiges Herz aus gegen dein heiligstes Herz, damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kannst. Erfülle meine Bitte, du Gute und Getreue, Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Goldenes Ave Maria, wie der heilige Gertrud offenbart. Sei gegrüßt, du weise Lilien, der strahlenden und ewig rohenden Dreieinigkeit. Du leuchtende Rose, himmlische Anmut, von welcher der König der Himmel geboren und genährt werden wollte. Nähe unsere Seelen mit göttlichen Einströmungen. Amen. 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 Vielen Dank.